Vor allem jedes Mal auch noch Shapeshifter. Ich kann die Rolle sowieso nicht. Ich auch nicht. Komm, das dauert übelst lange, bis das sich verwandelt. Und schon wieder Crewmate. Ach nee, Engineer. Okay, das ist eine besondere Rolle. Ja, Mikroqualität heute absolut scheiße, weil... Ist mir wohl gerade geplatzt. Weil ich an meinem Laptop bin. Und deswegen klinge ich wie eine Katastrophe, aber das ist auch okay. Das muss jetzt halt zu gehen. Aber die Löffel ist irgendwie steht da oben. Die muss gerade durchlaufen von unten Richtung Kaffee. Ja, wo sie kommt. Und läuft nach unten. Hui. Kelle ist relativ frisch. Ich kann Theo klären. Und Rosi glaube ich auch, außer er ist Rechtsdeckel. Also ich war unten gewesen. Auf Richtung Storage. Wo ist denn erstmal überhaupt die Leiste? Lass doch erstmal Alexi auswägen. Eingang von... Eingang von... Eingang von... Ich kann Chris und Minka klären, glaube ich. Also ich hab... Ja, ich hab dich unten gesehen. Bei Storage. Wartet mal. Vimo. Wo lag die Leiche? Ich war doch gerade in den Electrical Dunn. Und da war keine Leiche. Ich war nicht aus Storage. Ich war oben Weapons und dann Richtung Mad Bay. Alexi hat gesagt, Eingang von... Da wurde ich auch von drei Leuten gesehen. Also ich hab Theo gesehen und ich hab Rosi gesehen. Rechts. Bei Weapons. Ja, ich hab euch auch gerade gesehen. Ich hab auch Vimo gesehen. Vimo, wo warst du, hast du gesagt? Ich war Weapons, dann O2, dann wieder Weapons und dann Richtung Mad Bay. Dann haben wir einen Shapeshifter, weil ich hab dich definitiv unten gesehen. Ich hab dich auch unten gesehen, Vimo. Chris, Minka, Theo haben mich gesehen. Mogri ist oben. Und Kimi sagen, sie haben mich gesehen. Ja, jemand ist auf jeden Fall in deinen Körper gegangen. Nein, stopp. Nein, nicht, nein, dies war nächstes. Ich schwöre. Oder halt Tino oder Kimi sind der Shapeshifter sogar. Ich nicht. Nee. Das war... Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich bin von Cafeteria durch Antrieb oben, Antrieb unten, bin in Electric reingegangen und hab dann drei Tasks theoretisch offen. Eine hab ich erfüllt und in dem Moment wurde dann der Reportet. Und ich hab die ganze Zeit im Antrieb unten Vimo gesehen. Erst ist er mir entgegengekommen von Electrical, in den Antrieb unten rein und dann ist er mir hinterhergelaufen. Richtige Elektrical. Da hab ich noch gedacht, ah, ist ein bisschen komisch. Ja, das war der Shapeshifter. Wird halt von drei Leuten oben rechts gesehen. Das heißt, dann muss ja Lizzie uns entgegengekommen sein aus dem Lager und Lexi dann hinterher vermutlich. Ich hab dann alles gekrosst. Vimo, Chris, ich. Lizzie, Theo auch. Lizzie bin ich nie gekrosst. Ich hab Lizzie nicht gesehen. Ah stimmt, Lizzie ist von unten in Weapons gelaufen. Die ist gar nicht nach oben zum Download gegangen. Nee, Lizzie war nicht Weapons. Die ist in Electrical. Doch, doch. Ja, aber Lizzie ist Weapons durchgelaufen, hat in Neff, glaub ich, eine Task gemacht, ist dann von Sheets aus Richtung Electrical. Wer war denn von euch alles auf der linken Seite, bitte? Äh, ich. Du? Also wir beide? Und wer noch? Ich bin noch nicht mal ganz auf der linken Seite am Ende jetzt. Ich stehe links Cafeteria. Nee, das meine ich nicht. Links unten. Wer war von euch links unten? Er sagt jetzt natürlich immer noch nicht. Der Lexi anscheinend. Oh, wir müssen wählen. Ja. Ich hab nicht gewählt. Oh nein. Oh nein. Ich bin mir nicht mehr raus. Der Kill ist auch nur ein paar Sekunden mehr. Höchstens. Das ist schön, dass ich ein Rauch habe. Das war ein Impostor. Also Lexi ist das... Wenn du nur ein paar Sekunden herst, dann kannst du sie definitiv auch nicht sein. Ich wusste zwar jetzt nicht, wo die herkam, ich glaube aus Cafeteria. Aber sie war auf jeden Fall in den letzten paar Sekunden hier oben. Deswegen war sie dieser Kill zumindest nicht. Ah, es ist Reaktor, ja. Reaktor direkt am Anfang kommen, ist doch so eine typische Muenke-Aktion. Das schreit doch schon eher nach Muenke, kann ich hier finden. Nee. Ich kann nur links venden. Okay. Ah, ich habe hier unten keine Tasks. Äh, es gibt ein Vent-Cooldown, was zum aktuellen Fick. Okay, dann gehe ich mal hin. Atmen. Oh nein, Double Kill. Bitte nicht. Können Sie bitte nicht. Ah, ich hasse diese Tasks. Ich meine, ich kriege sie hin, aber... Ah, Muckrie. Ich habe dich gecleared. Bitte clee mich auch. Danke für nichts. Ja, sie war wahrscheinlich gerade fertig. Der Kill ist super frisch. Der Kill ist super frisch. Ich glaube, Rosi ist nicht Impostor. Surprise. Ach, Rosi ist fast. Was hast du unten bei... in der Nähe von Sovich da gemacht? Wat? Theo war gerade in Mad Bay. Ja. Gesehen von Mugri und Mugri. Wir haben Theo da aber gesehen, in Sovich. Ah, dann haben wir tatsächlich einen Shapeshifter. Ja, Mugri ist immer so. Ja, ich bin von Electrical zu Mad Bay gewandet und kann bestätigen, dass Mugri Crewmate ist. Ich glaube, Lexi ist der Shapeshifter. Könnte ich mir auch fast vorstellen. Also der Kill ist höchstens The Wiring Task lang her. Oh, Mario, Mad Bay. Theo und Bimo. Mad Bay, ja. Cool. Okay, wenn nicht, sag mal, was passiert ist. Du hast Theo killen sehen, oder was? Ja, ich bin runtergegangen, also von Richtung Shield bin ich gekommen. Mhm. Und da habe ich Theo gesehen, wie er gleich von der Leiche weggegangen ist. Von Rosi. Aber Theo war das nicht. Okay, das heißt, es war ein Shapeshifter. Außer der Shapeshifter würde der Crewmate... Es war auf jeden Fall grüne Personen mit einem Pümpel auf dem Kopf, also... Ja, wir haben einen Shapeshifter, der kann ja wechseln. Genau, genau. Ich habe gekillt und der Shapeshifter hat Mad Bay gefakt. Das macht Sinn. Deswegen habe ich ja auch Bimo vorhin unten gesehen, obwohl er eigentlich oben war. Genau. Also Tino, ein Paster kann sich in andere Leute verwandeln. Für eine bestimmte Zeit. So. Und das ist wahrscheinlich Lexi? Vermutlich? Das wäre zumindest naheliegend. Ich bin Lexi ein paar Mal begegnet. Ich war erst, ähm... Ich hatte so eine richtig Scheißaufgabe. Erst hab ich... Ich wollte erst mal meine zwei Aufgaben Electrical... Electrical, ähm... Und dann bin ich immer gewechselt zwischen... Warte... Storage... Nee, Storage und Antrieb unten. Wegen diesem blöden... Ölgedöns. Fuel. Ja, danke. Das ist ja nervig. Das ist absolut nervig. Und Bimo, wo bist du hin nach deiner Fuel-Task? Da bin ich zu Atmen gelaufen. Habe ich auch gesehen, glaube ich, oder? Habe ich nicht Bimo und Bimo Bartmann gesehen? Ich habe dich ganz kurz gesehen, ähm... In Storage am Wiring, als ich in Atmen reingelaufen bin. Genau bei dem Linken da. Da gibt ja nur ein Wiring in Storage. Hm. Ja. Ja, keine Ahnung. Skip. Ich skippe, aber Lexi heißt das. Ja, Lexi oder das Pär, Chris Müller. Ich habe auch geskippt. Lexi hat auch irgendwie gar nichts gesagt dazu. Lexi sagt aber generell wenig. Ja, ich wollte sagen, das glaube ich nochmal bei Lexi. Das macht sie nicht... Nee, ich meine, wir hätten vielleicht fragen sollen. Das meine ich. Nun ist zu spät. Chris. Okay. Einmal noch Nav und dann... Midway und Security. Ach, und Reaktor. Ich muss die komplette Mitte Seite da noch machen. So, naja, das war das fertig. Oh, Cafeteria oben. Da werde ich bestimmt geschützelt. Aber egal, da muss diese Tasker. Ach, den Scan hebe ich mir auf. Das ist auch schöner als letzte Tage. So. Hier hast du schon hei... Oh, no. Oh, no. Ha! Wieder unten bei Shields. Ja, und es war ein wundervoller Self-Report. Das ist ein sehr frischer Kill auch. Ich habe Chris gerade erst lebend gesehen. Ja, Chris lag am... Chris lag am Boden. Und ich habe noch den Schatten von... Also den letzten Zöpfel von ich da weglaufen sehen. Und in dem Moment ist der Report gefallen. Und ich wollte gerade auf Report drücken. Bin aber gerade von Shields gekommen. Dann musste derjenige ja entgegengekommen sein. Wer ist dir denn entgegengekommen? Ich weiß... Ich kam vom Lager. Ich kam von Storage. Glaub, Mogri war mir entgegen. Also es muss dir jemand entgegengekommen sein. Ich habe nur was schwarz-graues gesehen. Hä, ich war hinter Kimi. Ja, Mogri war weit hinter mir. Mogri war es definitiv nicht. Aber entweder er ist ein permanent im Self-Report oder er sieht die ganze Zeit den Shapeshifter. Lexi, hast du irgendwelche Infos von den Camps? Lexi, ist gemütet. Oh. Oh, äh, ne. Einfach Oh. Lexi, du kannst auch schreiben, wenn dir das leichter fällt. Dann schreibst du mit Lizzie zu. Ja, sie hat aber keine Infos. Also sie stand aber auch an den Camps. Das kann ich bestätigen. Mogri war definitiv hinter dir, Kimi. Ja. Die war im Reaktor unten. Wir können Kimi aber dann nicht als Shapeshifter ausgließen. Aber Mogri, du hast noch Kimi vor dir gesehen. Genau, also, äh, sie ist erst hochgegangen, äh, Richtung Camps, Richtung Lexi. Lexi war ja sass. Ich war in Electrical drin und wollte dann halt nach ihr gucken, aber da kam sie mir schon wieder entgegen und ich bin ihr dann kurz hinterher gelaufen. Aber ich bin dann, äh, in Stouch bin ich hoch und sie ist nach rechts gelaufen. Genau, ich bin dann durch Lager durch und direkt zwischen Lager und Shields bzw. Coms lag, also zwischen Lager und Coms auf der Hälfte lag ungefähr Chris auf der, so und, und da lief halt jemand weg. Ach so, ja, und fand ich, du hattest Shields gesagt, okay. Ja. Gut, ich hab jetzt so mal... Und er sagt, er kommt von Shields, also, ist quasi dem... Ich hab jetzt so mal geskippt. Wir könnten auch einen Taskwind schaffen, wenn wir uns beeilen. Es ist doch eindeutig. Es fehlen zwei komplette Personen. Nee, es ist halt... Es können auch, äh, du und Mukri sein, aber wir haben halt so gewartet, wie wir es gewartet haben. Du kannst immer machen, die Task. Du, Jürtas, Slut! Nee, es kann nicht Mukri sein, stopp. Yes. Es kann nicht Mukri sein, Mukri ist Crewmate. Ich hätte etwas früher sagen können, aber... Ja, okay, das ist jetzt der Verzweiflungsakt. Aber Bimo und ich sind zur Stelle. Es ist jetzt wirklich nur noch ein einziger Akt der Verzweiflung. Alle Türen werden zugeschlossen. So, Security ist aber bitte wieder auf. Dankeschön. Oh, wir stacken so sehr. Mukri ist an den Camps. Okay, das ist jetzt halt echt schwer für den Imposter, für den über... für den... verbliebenen Imposter. Komm, Task will los. Was, 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 was. Kein Task. Oh, Mann. Rebound Spam. Okay, Mukri und Vexi. Äh, Bimo und Vexi. Oh. Okay, immer schön unter der Kamera bleiben. Die aus ist... Mukri. Der hat Mukri gekeilt. Wir machen. Okay. Okay. Alter, Leute. Das ist jetzt nur noch eher. Okay, Mukri geht oben hin, dann mach ich unten. Ach, ne, bin ich schon da. Okay. Dann schau ich mal nach. Okay, okay. Mukri vertraue ich, Mukri. Ich weiß, dass Mukri komplett ist. So, da waren ja noch zwei. Ich probiere, wie ich ein Mieter eingelassen hat. Niemand. Und das Licht geht aus. Aber mit der Modded Engineer Rolle kann man das instant fixen. Das hätte ich jetzt gemacht an dieser Stelle, aber... Ich glaube, an der Stelle würde ich als Imposter einfach aufgeben. Es ist... Oh, ich wollte gerade Münka reporten. Ja. So close. Dann war wahrscheinlich Timo der normale Imposter und Flexi der Schleppschiffster. Wer war jetzt überhaupt böse? Ich. Ja, war doch klar. War nicht da unten? Ja, wie denn war doch klar. Ich hab dich weglaufen sehen. Und du behauptest so, das war Mukri. Erst hast du gar nichts gewusst davon, da war es Mukri. Also in der ersten Runde Lexi Selfie-Pod und dann fände ich das Selfie-Pod.